Ja, moin moin, mein Name ist Poolstar und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute zeige ich euch, wie Ove den Vernarbten in Sprobescheier im Spottstreiten besiegt. Mittlerweile sind wir ja relativ erfahren im Spottstreiten, nehmen natürlich wie immer den hohen Einsatz. Checkt auch gerne mal die anderen Spottstreit-Videos hier auf meinem Kanal. Er behauptet, dass ihn alle fürchten. Aber wenn er nicht aufpasst, dann versohlen wir ihm die Haxen. Also Antwort Nummer 3. Er ist direkt von uns beeindruckt. Er behauptet, stärker zu sein als wir. Aber wenn er sich mit uns misst, dann zermalmen wir ihm in Nu. Also auch wieder Antwortmöglichkeit 3. Lass uns aufhören zu dichten und prügeln wir uns. Er will also eine Schlägerei anzetteln, aber dann schmeckt er sogleich alles Blut seines Mundes. Also Antwortmöglichkeit 2. Ja, den wörtlichen Spottstreit haben wir gewonnen, aber er will sich jetzt ernsthaft mit uns prügeln. Schlechter Verlierer. Was für ein Waschlappen. Die Schlägerei ist natürlich schnell zu unseren Gunsten entschieden. Einfach ausweichen, parieren und schlagen. Aber das kennen wir ja bereits. An dieser Stelle auch eine kleine Eigenwerbung. Ich streame dienstags, mittwochs und donnerstags auf Twitch. Die würde mich sehr freuen, wenn du auch mal bei mir im Livestream vorbeischauen würdest. So, wir haben den Kollegen auch schon fast besiegt und sind am Ende des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du mehr zu Assassin's Creed Valhalla sehen möchtest, abonniere auch gerne meinen Kanal. Mach's gut, hab einen schönen Tag, euer Poolstar.